so und damit mal wieder ganz herzlich willkommen zu einer weiteren folge nicht minecraft metro 2.0 sondern minecraft verkehrswelt das ist der neue name der ja nicht dritten staffel sondern er ist es ein neubeginn von dem ganzen was ich hier mache im prinzip also ein öPNV netz in minecraft aufzustellen und möglichst funktional und realistisch nachzubauen beziehungsweise teilweise nachzubauen teilweise ein bisschen was dazu zu erfinden und minecraft verkehrswelt ist der neue name wir haben ein neues thumbnail von seodor zur verfügung gestellt bekommt vielen dank nochmal an dich für das schöne thumbnail da hat er sich was überlegt mit ein paar bildern von der overview map soweit ich das verstanden habe ja da hat uns die ansage ist uns die ansage ein bisschen jetzt fortgefallen jedenfalls genau seodor hat ein neues thumbnail zur verfügung gestellt das wird es ab sofort auch sein minecraft verkehrswelt das ist jetzt die pilot folge im prinzip also die erste folge von der neuen staffel die letzte staffel ist abgeschlossen mit 100 folgen und genau es geht aber dennoch in genau der gleichen welt weiter umbenannt habe ich die serie weil eben minecraft metro nicht mehr sonderlich viel sinn ergibt denn ich hatte ursprünglich ja den plan ein metro netz zu bauen und das war es eigentlich es hat eigentlich auch nur bei heimbach bleiben müssen aber am ende ist es dann so gekommen dass ich dann herausgefunden habe dass es ja noch möglich ist mehrere städte zu bauen die mit fernen verkehr und nahverkehr miteinander zu verbinden deswegen hat der name minecraft metro 2.0 komplett an sinn verloren und deswegen habe ich mir jetzt zum beginn der neuen staffel eben einen neuen titel überlegt statt wieder mal einfallslos minecraft metro 3.0 draus zu machen so jetzt geht es aber weiter und zwar beginnen wir hier in die liga denn wir haben bzw nach wo uns schon so ein ding vor die nase fährt kann ich es gleich mal auch erwähnen denn ich habe kurz züge eingeführt theorie dahinter zu wenig fahrzeuge ein paar der fahrzeuge mussten aufgesplittet werden in wahrheit ist es einfach nur so dass ich ein bisschen mehr vielfalt haben will und deswegen jetzt auch kurz züge unterwegs sind und es er dann noch mehr eine stadtbahn ist alle linien außer der linie 1 haben kurz züge die linie 1 sozusagen die längste und auch die am meisten ausgelastet ste linie deswegen habe ich die so gelassen wie sie ist alle anderen linien haben kurz züge die vierteiligen züge also 4000 und 3000 die haben dann die kurzzug variante die zweiteilig ist die fünfteiligen fahrzeuge also die u-bahn züge aus new york die sind dreiteilig in der kurzzug variante habe ich einfach mal jetzt so entschieden und ab und zu mal sind die auch unterwegs die sind aber im verhältnis ungefähr 3 zu 1 das heißt die wahrscheinlichkeit ist höher dass man einen normalen vollzug bekommt als dass man einen kurzzug bekommt genau also hier ist jetzt einer auf der linie 3 den wir zufälliger weise gerade bei die liga verwischt haben und jetzt kommt hier sogar noch einer auch auf der 3 genau auf der 6 sind auch schon welche unterwegs ich kann euch ja mal zeigen wie das beim betriebshof aussieht und im verlaufe der nächsten videos werden uns dann die immer mehr begegnen genau hier die variante ist dreiteilig die ist zweiteilig man sieht auch schon wer der fünfteilige teilige vollzug in der kurzzug variante zweiteilig dann wäre er deutlich kürzer als der kurzzug von den 3000er und 4000er deswegen passt das so deutlich besser und die sind dann auch von der länge her identisch so genau irgendwie werde ich auch noch bald versuchen zu bestimmten zeiten diese kurzzüge fahren zu lassen wenn es dann möglich ist und genau so wo wir schon bei betriebshöfen sind habe ich da auch große neuigkeiten aber bevor es dazu kommt möchte ich einmal zeigen was sich hier noch verändert hat und zwar habe ich hier ein durchfahrtsgleis ergänzt ich weiß noch nicht genau ob es so bleiben wird und ob das so optimal ist ich bin einfach auf die idee gekommen und habe das eben ganz schnell gemacht und zwar hier geht es ja runter und eigentlich da hinten wieder raus aber ich habe ich hier noch mal eine weiche ergänzt und hier geht dann der tunnel weiter und zwar hierhin hier geht es dann wieder hoch und hier fädelt dann die schiene wieder ein ich habe den pfad noch mal neu generieren lassen und es funktioniert auch die drei fährt dort und die sechs fährt hier durch also im moment ist es so dass eben die sechs kein problem hat hier durchzufahren und eben halt nicht mehr am bahnsteig vorbei fährt was ja auch ursprünglich die idee von erin gewesen ist der wollte hier auch durchfahrtsgleise ergänzen ich habe das jetzt ein bisschen begonnen ich weiß aber nicht genau ob das so bleiben wird im moment ist es aber noch in ordnung so wo wir zugfahrt durchfahrten sind habe ich hier dann noch mal zug fährt durch bitte vorsicht an der bahnsteigkante ergänzt eine ansage habe ich da auch reingemacht allerdings funktioniert die nicht ganz ich weiß nicht genau warum da muss ich noch mal gucken auf jeden fall sollte sie immer dann spielen wenn eine 6 einläuft und hier durchfährt aber auch hier soll dann wahrscheinlich auch ein weiteres durchfahrtsgleis ergänzt werden da wissen wir aber noch nicht genau wie wir das machen werden so jetzt kommen wir zu der ganzen sache mit dem betriebshof und zwar wisst ihr dass einer der betriebshöfe der noch in der alten variante ausgeführt ist der betriebshof mühlteich ist den habe ich jetzt neu gebaut und ich glaube erin hat hier diese sehr schön bäume hier platziert das ist mir jetzt erst aufgefallen tatsächlich hätte ich viel früher eigentlich entlang fliegen sollen genauso wie ich hier glaube ich genau erin hatte die ganze dekoration gemacht gefällt mir wirklich sehr so dann fliegen wir einmal nach mühlteich rüber sollte nicht allzu lange dauern genau nachdem ich euch gezeigt habe gibt es dann tatsächlich noch ein paar dinge die es gibt die ich verändert habe ja da kommt jeder die ansage linie 4 rosenfeld so genau burgdorf ist der einzige betriebshof da ist der einzige betriebshof im moment von der linie 1 der noch in der alten ausführung ist der ist aber ein bisschen schwierig zu verändern daher unterirdisch ist aber ich glaube auch den will ich verändern und da ist auch noch die leitstelle daran muss ich auch noch denken weil das halt nicht schön aussieht da sich da halt eben so viele schienen überlappen so hier ist etwas das möchte da möchte ich euch noch nicht spoilern da muss ich gleich dran denken dass ich mich nicht umdrehe genau wir haben hier die haltestelle mühlteicher bad die hing mir so ein bisschen hinten raus weil sie die ganze zeit verschoben und umgebaut werden musste weil ihm die kurve viel zu eng war das habe ich jetzt verändert und zwar habe ich jetzt die alte stelle um ein sehr großes stück weggeschoben habe die kurve deutlich sanfter gemacht so man sieht den großen unterschied zu vorher und den alten ausgang habe ich geschlossen und gerade mit steinplatten abgedeckt hier sieht man das und das war halt eben auch der alte ausgang jetzt habe ich einen neuen beziehungsweise zwei neue eingänge ergänzt hier habe ich auch ein bisschen was umgebaut mir sieht deutlich schöner aus und der ausgang ist jetzt nicht mehr mitten auf dem bahnsteig und versperrt ein bisschen den durchgang sondern der ist jetzt hier ganz am ende hier kann man dann reingehen und entweder links oder rechts rausgehen hier ist dann auch eine anzeigetafel die anzeigt was oben abfahren wird kann man hier zur einen seite rausgehen und den bahnsteig so verlassen und von der seite sieht das so aus dass von oben sieht man ganz klar jetzt kann man zu beiden seiten die station verlassen so dann geht es einmal jetzt rüber nach mühlteich habe ich noch ein bisschen diese variante mit dem weichen kreuz und dem auseinanderlaufen erschienen bisschen überarbeitet denn ich wollte nicht dass wieder drei schienen aus einer entspringen sondern immer nur zwei miteinander verknüpft sind hier ist ein weichen kreuz hier ist ein ähnlicher ja ähnliches einfahrts tor wie hier drüben ist gewesen ist der betrieb sowieso übrigens jetzt abgeklemmt der wird auch demnächst abgerissen so sah er ja früher aus ist wirklich nicht sonderlich schön genauso wie jeder pausenraum das alles haben wir jetzt geändert und wir haben jetzt hier eine werkstatt und ich habe es geschafft tatsächlich aus 28 spuren zu machen und alles auch natürlich schon mit oberleitung und so weiter und wir haben jetzt hier acht stellplätze und da sieht man auch die stellplätze für die kurzzüge wir haben hier eine grube natürlich über die man dann die züge warten kann da kann ich hier einmal rüber gehen eigentlich eine ganz normale einrichtung sowie auch die anderen betriebshöfe die bereits umgebaut wurden und jetzt neu aussehen beziehungsweise neu sind so dann gehen wir hier einmal hoch hier endet dann die oberleitung hier stehen die ganzen züge jetzt hier stehen die kurz züge und an den seiten gibt es dann jeweils auch die podeste über die man dann hoch kommt aufs dach und natürlich auch für die türen die stehen auch immer ungefähr woanders weil eben die kurz züge leicht versetzt sind da musste auch ein bisschen gerechnet werden hier haben wir dann so in der art halt die spannungskontrolle für die ganzen oberleitungen damit man die abschalten kann falls man aufs dach gehen will oder für andere arbeiten und haben wir hier so ein bisschen rohbau konstruktionen hier stehen überall kisten mit wer mit werkzeug rum an den seiten so wie es halt in einer echten werkstatt ist dann haben wir hier einmal den hofdienst in empfang wo sich dann eben halt die fahrer melden können wenn sie hier reinkommen ist ja werkstatt und betriebshof in einem und hier ist es werkstattbüro sowie das auch von den anderen betriebshöfen kennt bzw soweit ich weiß jetzt nur von hasum ich weiß nicht mehr ob die anderen betriebshöfe auch eine ein werkstattbüro haben und dann ist hier auch ungefähr wie bei hasum noch mal eine zweite wand drin damit das hier von innen ein bisschen gemütlicher aussieht dann hat man hier ein pausen raum für die fahrer und genauso einen raucher raum der hier ein bisschen abgeschottet ist von dem rest so das ist eigentlich jetzt alles soweit ich weiß dann gehen wir hier einmal raus und von der anderen seite hier ist noch nichts den briefkasten habe ich verschoben und dann haben wir hier auch schon den namen schvu habe ich mich natürlich verschrieben das heißt svhu standort mühlteich so haben wir das noch mal direkt korrigiert und das ist jetzt der neue betriebshof mühlteich wollte ich eigentlich auch schon sehr sehr lange machen habe ich jetzt nicht daran gedacht aber jetzt habe ich das endlich hier fertiggestellt die kurve ist auch fertig geworden und jetzt haben wir hier diese ecke komplett noch mal überarbeitet und alles ist wieder beziehungsweise alles ist jetzt endlich schön so wie es eigentlich von anfang an hätte sein müssen aber ja so dass auch der parkplatz und die straße kommt weg diesen sowieso im komplett falschen format und ja aber das werden wir dann demnächst sehen da sehen wir ein zug der gerade einfährt ganz aufs äußere gleis sieht man auch dass dieser relativ enge radios hier drüben auch passt so dann habe ich mühlteich einmal gezeigt dann fliegen wir einmal kurz zum igien top platz da haben wir dann das nächste dieses bauwerk zeige ich euch dann mal wann anders kommen sowieso niemand drauf was es sein könnte genau dann geht es hier nach rechts und dann in die innenstadt ich fliege mal wieder um ein bisschen zeit zu sparen genau hier haben wir dann die neue linie 12 die hier entlang fährt und hier wieder die schon leicht nervigen ansagen und hier drüben ist dann die das neue bauwerk und zwar haben wir jetzt hier ein zweites verwaltungsgebäude das hier ist einmal von der svhu jetzt da kommen auch bald die logos drauf und hier und von der infrastruktur die geleitet wird von erinn hier haben wir dann die hier ist es noch nicht ganz eingerichtet von außen sieht das gebäude eigentlich ganz nett aus hat das habe ich entworfen hier ist dann das büro und hier oben sind noch ein paar konferenzräume und hier noch ein paar büros die sind auch noch nicht fertig eingerichtet und hinten gibt es natürlich ein fahrstuhl und vom hauptbüro gibt es dann eine aussicht nach schön hier runter aufs kreisverkehr und auf die stations lobby vom egidien dort platz nehmen wir hier einmal rein und hier ist das treppenhaus das ist auf der einen seite und auf der anderen seite ist dann halt auch der fahrstuhl gehört wichtig zum gebäude hinzu aber ich werde euch noch weitere details zeigen sobald dieses gebäude ein bisschen besser eingerichtet ist das ist genauso wie beim wetteramt das war aber am anfang auch nicht ganz eingerichtet und das kann dann auch erst im nachhinein so dann haben wir einmal wieder eine neue mod aber bevor ich euch die zeige zeige ich euch eben ganz kurz noch die neuen häuser sind nicht sonderlich viele häuser die habe ich wieder gebaut ich muss mal wirklich wieder langsam die zugeschickten häuser da einsetzen das habe ich auch lange nicht mehr gemacht obwohl die eigentlich sehr gut benötigt werden und zwar genau hier sind eigentlich nur zwei häuser relativ uninteressant weil die halt eben genauso gebaut sind wie ich die sonst immer baue und ich habe hier die straße noch mal verknüpft dann mit der anderen hauptstraße die hier zum stadtwald führt und ich habe überall die markierungen ergänzt also die streifen und hier wird auf jeden fall auch noch mal bald ausgebaut und diese ganze fläche hier wird noch einmal komplett zu sein zu gebaut sein mit häusern und dann haben wir hier komplett ein riesiges gebiet eingeschlossen bis hin zum stadtwald so wir haben eine neue mod und zwar die open signals mod die befindet sich hier sieht jetzt erstmal unspektakulär aus aber mit dieser mod kann man sehr viele dinge tun und zwar haben wir jetzt hier einmal haarschilder bzw schutz halt schilder das kann ich euch einmal zeigen also ich gibt es eine jede menge das kann ich euch alles gar nicht zeigen ich zeige euch jetzt aber auf jeden fall das was definitiv relevant sein wird man muss so 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 wir haben hier auf jeden fall haarschilder also schutz halt schilder die auf jeden fall sehr gut eingesetzt werden können aber nicht nur dass wir haben hier auch jede menge signale wo man super viel einstellen kann die mod wurde auch von einem von euch vorgeschlagen wird leider der name nicht mehr ein aber jemand hat auf jeden fall in die kommentare geschrieben dass ich doch mal diese mod installieren sollte denn die hat sich dann tatsächlich herausgestellt dass die wirklich sehr sehr nützlich ist weil wir halt eben durch diesen mod signale bekommen und diese schilder aber nicht nur das sondern wir haben auch bahn schranken tatsächlich gleich was dazu genau mc maxis hat das vorgeschlagen und vielen dank normaler nicht denn das hilft wirklich sehr und mir gefällt die mod mod auch wirklich die signale kann man diesen eigentlich ist eigentlich für rtm gemacht aber hier kann man das auch verwenden man kann das mit redstone ansteuern hier hat man wirklich sehr sehr viele schöne signale haarschilder und vieles mehr das werdet ihr dann im verlauf von der staffel dann auf jeden fall noch mal sehen denn die werden auf jeden fall sehr sehr häufig verwendung finden so dann zeige ich euch einmal wo die bahn schranken eingesetzt werden und zwar einmal nach komplett auf der anderen seite und zwar bei petersdorf denn da haben wir ja eigentlich bahn schranken gehabt und zwar beim bahnhof petersdorf und auf den weg dahin kann ich gleich schon mal ein signal in funktion zeigen und zwar ist dass das was er eingerichtet hat und zwar war das im bereich stadtmitte und zwar ich hier sind zwei signale und da sind straßenbahn signale die kommen auch durch diesen mod dazu finde ich wirklich sehr sehr schön und immer wenn hier eine 11 kommt wird der strich nach schräg links angezeigt für links abbiegen und wenn eine 10 kommt steht das signal auf geradeaus noch zeigt das signal das ganze sehr sagt kurz an beziehungsweise jetzt aus irgendeinem grund gar nicht wahrscheinlich sind nicht alle varianten der linie eingewählt bei dem redstone sensor aber das wird auf jeden fall auch behoben wenn wir gucken ob das jetzt damit funktioniert leider kommt keine 11 jedenfalls sollte sich das signal kurzzeitig verstellen keine sorge die phase die fahrtphase wird auf jeden fall noch mal deutlich verlängert okay hier scheint tatsächlich irgendwas nicht funktionieren gestern hat es noch funktioniert aber wir werden auf jeden fall dafür sorgen dass wir das ganze beheben scheinbar nicht connected gut dann werden wir uns drum kümmern und dann zeige ich euch im nächsten video wie das ganze dann in action aussieht so jetzt nur noch eine letzte sache tatsächlich und zwar die bahn schranken die gibt es nämlich auch durch diese mod und die sind auch wirklich dann auch funktional gehen also auf und zu dementsprechend da haben wir aber auch ein paar probleme mit redstone die mod scheint auch relativ neu zu sein die ampeln die bahn schranken gehen in ein disco modus und gehen die ganze zeit auf und zu obwohl der zug schon längst weg ist aber das versuchen wir auch dann demnächst zu beheben so gut es geht hier haben wir die schranken noch nicht ergänzt das werden wir aber demnächst machen und zwar genau hier haben wir alle statischen ampeln jetzt durch neue ampeln ergänzt das gucken wir mal ob die schranken hier aufgehen sobald die linie 6 vorbei gefahren ist ich glaube sie wartet hier noch im moment auf die linie 60 gerade noch da drüben steht ja scheint so zu sein denn wir haben hier glaube ich schon eine 6 die da steht und die wartet jetzt da bis diese sexy abfährt und dann der entgegenzug dort in diese richtung fahren kann das ist in dem fall hier auf dem gleis da das halt eben auch der kurzläufer ist der richtung oder bruch fährt auch hier müssen wir noch an der taktung arbeiten ich glaube durchs überhol gleis hat durch ein paar sekunden verzögerung hier so ein bisschen den fahrplan durcheinander geworfen deswegen müssen wir gleich mal schauen dass wir hier auch ein bisschen die taktung anpassen das sind jetzt beides tatsächlich kurz züge die wir erwischt haben die fahren in dem fall jetzt hintereinander das ist nicht immer so bald kommt auch ein vollzug dazwischen aber das werden wir auch dann im laufe der videos immer wieder sehen da ich ja auch sehr oft mit fahrten mache und mich auch darum bemühe das auch so umzusetzen so noch 18 sekunden bis der zug fährt von der seite haben wir halt eben auch die probleme weil das signal hier zu kurz ist und wir kriegen es halt nicht hin das ganze zu verlängern so dazu kommt an und jetzt fährt der andere zug los sagen wir hier kein signal mehr der kondensator sollte sich jetzt entladen und die schranken sollten dementsprechend auch dann aufgehen dauert noch ein bisschen lange wir haben hier gestern sehr lange daran gearbeitet aber das werden wir dementsprechend dann bald sehen ja genau das ist hier unser problem dass das teil hier dann anfängt irgendwas zu machen sich zu drehen und anscheinend nähe kurz das scheint wieder mal irgendwas nicht funktionieren was ich jedenfalls meinte damit zeige ich euch jetzt einfach mal so mal kurz den hier man kann die schranken auf jeden fall manuell auch ansteuern möchte ich eben ganz schnell das ganze demonstrieren so die schranken können auf jeden fall auf und zu gehen leider ohne animation aber auf jeden fall sehr sehr nützlich und im optimalfall werden hier die schranken dann noch offen stehen sofern hier keine züge vorbeifahren jedenfalls sehr sehr praktische mod und die wird jetzt auch seine verwendung finden auch bei der bahn bei der s bahn werden dann auch die eisenbahn signale eingebunden und bei der stadtbahn werden erst mal die gewöhnlichen signale also die hier erst mal bleiben es kann also sehr vieles auf uns zu es hat sich wirklich sehr sehr viel verändert jetzt auch noch durch die neue mod ich bin wirklich froh dass das ganze noch performance voll läuft und wir werden uns auf jeden fall jetzt nämlich sehen ich hoffe ich werde zeitgemäß dann schaffen das neue video aufzunehmen die zweite folge dann ich bedanke mich ganz herzlich fürs zuschauen liked und kommentiert und wir sehen uns dann demnächst beim neuen video